Hey Leute, es geht hier weiter mit einem neuen Part. Ach nein, hier sind wir. Nein. Ach nein. Oh nein, das ist so eine scheiß Stelle. Ach nö. Schau dir, wir haben ja auch hier Versagten. Ich glaube, man kann hier auch mit der Kamera zuscheuchen, ne? Wenn sie kommt, versuche ich es mal. Was ist das denn? Ich bin es nähert. Zoom. Ich muss zoomen. Warte. Kommt die da angerannt? Wieso? Ich bin eine Schürkröte. Die ist gar nicht mehr so. Hallo? Die ist gar nicht mehr so. Ich guck mal, wo ich hingehen kann. Ich wandere einfach jetzt durch. Obwohl hier der Ladebildschirm, ne? Oh Gott. Der Ladebildschirm ist langer. Junge! Du bist ja aufwacht, ey. Na, dauert mir zu lang, was? Da habt ihr... Warte mal. Oh, warte mal. Hier sind doch Raumaufteilungen. Warte, du bist hier? Ich bin in der Familie. Ich habe schon eine... Aktivität. Oh Gott. Ich stehe aber nicht, wo das ist. Schock-Therapie. Ach du Scheiße. Wer, die kommt rein. Wer, die kommt rein. Guten Tag. Hi. Servus. Da bin ich weg. Stinkefuß, ey. Mann, Mann, Mann. Steht ihr erst mal? Abzuckungen. Aber weiß ich, dass ich da drin bin. Da weiß ich, dass es auch keine... Versteckmöglichkeiten da gibt. Oh, Bananen, ey. Es kann dauern. Vielleicht mach ich mal... Mach ich mal Speed One. Mach mal Speed One, ne? Ah, jetzt muss ich gleich. Hey. Telefon. Oh, dass du ein bisschen weggehst. Oh, dass du ein bisschen weggehst. Da geht nicht, okay. Pass auf, die weiß es ja, wo wir sind. Irgendeine Matratze kann man sich verstecken. Was ist die denn jetzt? Frau Heude-Mait. Schörse. Tapsen. Höch. 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 12 April 1996 Ich habe nicht mit ihm gesprochen, was in der Eternity war. Ich habe mich so schockiert, wenn er mich zurückgekehrt hat. Ich habe gedacht, dass er eine Verkaufnahme wollte. Vielleicht versuchen, es zu überwinden und zu beginnen. Wo ist die denn? So mal, take a photo, last, lohn war. So ein Geheimgang, das wir machen müssen. Sich grad hier. Okay, ich bin hier noch. Wie kann man das noch machen? Okay. 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 Hey. 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 Ah, wir Telefon. Die Scheiß-Telefon. Komm, geh rein. Pam. Hm. Was? Steht doch. Die Tür ist zu. Oh. Ach so, man kann ja durch die Kissen schieben. Stimmt ja. Oh. Der Kreis, den die ja gezeit hatten, ne? Alter. Oh, Junge. Äh, äh. Buen nam, ai da nam. Komische Marke. Push rein. Steht aber nix drauf, ne? Alter, der Hammer. Da muss spitz sein. Immer dieser... Ach, das ist schon die Taschenluft, okay. Erkennen wir schon alle. Das bereits. Gut, dann geh mal hoch. Wieder mal. was wir jetzt machen müssen. Hä? Was ist das denn hier? Boah, die Welt geht unter. Guck mal. Junge. Junge. Wo lang muss ich denn jetzt? Genau macht das. Ich geh noch mal um die Kamera. Ich geh hoch. Alter. Hör auf. Hey. Hey, wo sind wir jetzt? Ö, Bid. Trosor. Oh man, Code. Woher kriegen wir denn? Dann kann man hier nicht, ne? Hä? Wir können also hier nix machen, außer in Tosola. Komische Schmerzgeräusche von drüben. Kann man da auch lang? Warte mal. Nee. Was ist denn da lang? Da ist doch jemand. Oh. Oh, was? Was ist denn da so dunkel? Scheiße. Ich trafier's mal. Hm. Ah. Da zehn. Links, 50 rechts und fünf links. Zehn links, 50 rechts. Ah, fuck. Ah. Ah. Okay. Wait. Ah, ah, deutsch? Ah, deutsch. Moin. Was steht hier denn da auch? Weiß gar nicht, was los ist. Wird's ich verarschen? Stell ich noch mal 20 mal rein. Unhöflich. Unhöflich. Ich muss rennen. Sag das doch. Hey. Achso, es muss passieren. Die ekelhafte, verformte Stimme immer. Verformte. Warum tötet die in uns immer und dann stehen wir wieder auf? Verbrennen die Gegenstände. Sonst noch was? Wo sind die denn überhaupt? Weiß ich ja gar nicht. Ich geh ins Wohnz... Äh, Schlafzimmer. Schlafzimmer. Bilu. Was ist das denn? Mensch, wirst du wo die sind, ne? Kannst du davon ausgehen, dass die Exit... Hey? What the fuck? Wer sind die, Leute? Ich muss mir auf ne Kamera arbeiten. Was ist das denn, wenn du da bist? Ich bin in Hell, und er ist auf seinem Weg da. Ich bin so schwer, ich kann mich selbst in den Augen sehen. Ich habe das letzte Mal gesehen, ich habe einen Hüsteren Hüsteren gesehen, Ich denke, dass er seine Angst hat, mich auf mich zu spüren. Ich habe ihn so Angst, dass ich in der Nacht im Bett auf dem Bett schlafen habe. Es muss sich, in einem Weg oder in einem anderen Schluss enden. Ich werde uns beide ein paar Hilfe bekommen. Ich muss meine Leben herausfinden, um Maggie zu finden. Ich habe sie in drei Jahren gesehen. Ich hoffe, dass es nicht zu late ist. Ich sollte diese 13 Jahre früher, wenn es wichtig war. Ich habe so viel falsch gemacht. Ich habe meine Faith verloren, wenn Michael stirbt. Aber es ist Zeit, um alle meine Sünden zu repenzen. Zumindest im Endeffekt kann ich wieder mit meinem Babyboi sein. Wir sind die alte. Weiß. 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 Das ist ihre Gesicht, Alter. Oh. Das ist schon ekelhaft. Was? 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 Ich verstehe nichts mehr. Was ist hier los? Was ist hier los? Was? Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Was? 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 Und wir sind hier los? I-M-M-M-M-I-M-M-M-I-M-M-M-I-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M. Schimmel Schimmel Was? Nein! Wie darf er so nicht auch nach oben? Das Spiel, ich weiß doch nicht, was ich machen muss. Welche Gegenstände? Wo? Welche? Bisschen anstrengend. Was ist das denn? Feuerzeug. Warte. Und jetzt? Ja und jetzt? Welches Ort? Welcher Ort des Verbrechens? Was? Was? Wo ist denn der? Hier oder wo? Wo ist denn der Ort des Verbrechens? Ist ja ziemlich groß hier. Toll. Nee. Ich fahr einfach mal nicht. Geht hoch. Jetzt mal wieder sie. Oh, ich stehe mir direkt vor der Scheibe, ne? Ja. Oh, ist das anstrengend, ey. Was ist denn das für eine blöde Story? Sorry. Jetzt sagen wir nicht, dass ich hier verbrennen muss. Ich weiß jetzt, wo das Feuerzeug ist. Nein. Das Spiel ist so anstrengend, ne? Leck mich doch in der Täsch, ey. Ah. Ah. Es ist nicht mehr da. Er will sich verarschen. Komm. Ist das immer random irgendwo. Ah, leg mich doch. Ach nee. Auf so einen Scheiß hab ich keinen Bock. Ganz im Ernst. Oh. Keine Ahnung, wo das jetzt ist. Er hat sich hier alles ungeänderte Junge. Ich bin gezwungen, irgendwie das abzubrechen, oder? Hey. Warum ist denn jetzt hier auch alles anders? Ach, leg mich doch Marsch, ey. Das ist gar nicht mal gruselig, das ist nur noch scheiße. Wo ist das scheiß Feuerzeug? Ach, ey. Toll, ey. So, erstmal ein Feuerzeug suchen, ey. So eine verkackte Story, ey. Keine Ahnung, wo der Scheiß ist. Ist das jetzt hier? Ist das jetzt hier? Nein. Oder hier? Nein. Nein. Hier sind sicher die Bilder. Und jetzt gleich werden die Kreuze oder irgendwie umgekehrt. Junge, ist das lächerlich. Nein. Nein. Kein Feuerzeug zu sehen. Aber ich sage mal mal. Breche es ab. Und es ist nicht mehr gruselig oder sonst was. Es ist nur noch lächerlich. Weil immer ändert sich alles. Und dann ist das Feuerzeug wo immer wo enden. Das hat sich ja hier alles umgestellt. Ach Gott ey. Aber kein Feuerzeug. Wo soll man denn wissen wo das Feuerzeug ist oder sonst wo? Ich kapiere das ganze Spiel nicht mehr. Die Story ist nur auf den Arsch. Keine Ahnung was Feuerzeug ist. Das ist neu. 25. 15. 21. 4. 9. 4. 8. 9. 9. 9. 20. 0. Tauch. 0. 10. 0. Take care. 0. 1. Das ist die Zeit. 0. 2. Aber wenn ich einmal gefangen bin, dann kann man auch nix mehr machen, oder? Oder legt das nicht weg, oder? Ich versteh nix mehr. Dann können sie auch Fotos machen mit der Mutti. Ich versteh nix mehr. Gut, wir sind irgendwie davon weggekommen. Haben noch irgendwas mitgenommen, aber wir sind null weitergekommen. Wir müssen immer noch die Scheiße verbrennen. Nur wie. Wenn wir kein Feuerzeug mehr hier haben. Jeden hab ich zig Stück gesehen, weißt du? Ist nicht normal. Es gibt nicht wenige Spiele, die ich einfach so abbreche. Exorcist for here, from yourself. Da ist auch alles anders. Im egligen Sinne. Ist aus wie eine Rezeption, aber irgendwie auch gar nicht. Boah, ja, keine Ahnung. Pratan. Pratan. Ja, gut. Da hab ich halt verkackt, würde ich mal sagen. Leute, ey. Wo ist das scheiß Feuerzeug? Ohne Witz, ey. Okay. Wir können die halt öffnen. Lass die doch mal auf, man. Und? Passiert nix. Das ist ja auch das Geschehens. Das ist ja auch das. Super. Ich kann nur eine rausholen. Ich weiß auch nicht, was ich hier mache. Keine Ahnung. Das ist mir ein Rätsel. Da geht's auch nicht rein. Da auch nicht. Ja, hier ist ein Feuerzeug. Weg, mir schlauene Tash. Was? Das funktioniert nicht. Ah, es gibt zwei Feuerzeuge. Das einmal das Funktionierende und das einmal das nicht Funktionierende, oder was? Ne, dann. Tschüss. Ne, dann ist es mir zu blöd. Bei ganzem Ernst. Was für ein Abfuck ist das bitte? Ja, komm. Ja, komm her. Ja, komm her. Ja, komm her. Ja, komm her. Hallo. Ich kann auch das Feuerzeug so benutzen. Das funktioniert nicht. Das ist ja nur eine Scheiß-Suchscheiße. Ohne Witz. Oh. Ja, da würde ich sagen, mach mal einen Abbruch, äh. Kannst du nicht mehr machen. Also sowas. Oh. Sollte eigentlich verboten werden. Sollte eigentlich verboten werden. Daddy sind's. Ja, dann mach's gut, Leute. Haut rein. Und wir sehen's in einem anderen Let's Play. Ciao. Ciao. I-